Die weite Reise der dritten Murmel Johnny und Charlie lagen nebeneinander auf dem Bauch am Bach und suchten auf dem Grund des Wassers nach Johnnys dritter Murmel, die ihm aus der Hand gerutscht war. Nicht zu sehen, die ist weg, die wirst du nicht mehr finden. meinte Charlie. Johnny wollte nicht aufgeben, er hielt seinen Kopf dicht an die Wasseroberfläche. Die Murmel ist schwer, die muss da irgendwo liegen. Das Wasser kommt aus dem Berg und kann mit seiner Kraft sogar Steine fortschwemmen, murmelte der Bach. Such nicht weiter nach deiner Murmel. Das Wasser treibt sie mit sich bis zum Meer. Hast du das gehört, Charlie? fragte Johnny. Nur plätschern höre ich. Mit zwei Murmeln kannst du nicht spielen. Besorg dir neue. Ich gehe jetzt nach Hause. Johnny blieb sitzen und betrachtete die beiden übrig gebliebenen Murmeln. Er hatte sie von seinem Großvater bekommen und dieser wiederum von seinem Vater. Die Murmeln hatten besonders leuchtende Farbkringel ringsherum. Nun hatte er eine Murmel verloren. Später erlernte Johnny das Tischlerhandwerk. Er baute sich ein kleines Holzhaus am Meer. Abends paddelte er oft mit seinem Boot zu einer Sandbank im Meer, auf der sich tagsüber die Seehunde sonnten. An einem Sommerabend, als er dort saß, mit den Füßen im Wasser, tauchte ein Delfin auf und sprühte eine Wasserfontäne auf ihn. Johnny sah an sich herunter. Zwischen seinen Beinen lag eine Murmel. Es war seine verlorene Murmel mit den leuchtenden Farbkringeln. Ungläubig drehte er die Murmel zwischen seinen Fingern. Ich habe beobachtet, wie die Fischer auf ihrem Frachter die Netze einholten und den Fang sofort verarbeiteten, gluckste der Delfin. Einer von ihnen fand im Bauch des Fisches eine Murmel. Der Fischer war sie lachend zurück ins Meer. Ich habe sie aufgefangen, habe mir gedacht, dass du dich über die Murmel freuen wirst. Damit habe ich nicht gerechnet, sie jemals wiederzubekommen, freute sich Johnny. Nichts geht endgültig verloren. Alles findet sich irgendwann irgendwo wieder. Das kann oft Jahre, manchmal Jahrhunderte dauern, versicherte ihm der Delfin. Er tanzte auf dem Wasser, sprühte noch eine Fontäne hoch und schwamm davon. Das stimmt, dachte Johnny. Nun habe ich sie wiedergefunden, meine Murmel, nach ihrer langen, weiten Reise. Ich ... Ich ... Untertitelung des ZDF, 2020